Einfach so gefahren wie sonst? Das weiß ich. Du hackst schon wieder auf meine Fahrkünste rum. Naja, Fahrkünste nicht, aber du hackst wieder auf meinen Fahrstil rum. Das wolltest du auch eigentlich nicht mehr. Ich weiß, aber... Naja, ich komm halt vor mein Ego nicht raus. Ich merk es gerade. Ja, dann machen wir mal weiter mit den Formlens 1. Drei Runden laden. Und falls ihr euch fragt, wann ich wieder die Special-Aufgaben mache, die mache ich, wenn ich die Rennen... Also die Rennklasse abgeschlossen habe. Ich muss nur den Schlüssel finden. Und alter... Das war die Strafe. Warum? Hä? Wieso Strafe? Für den Witz. Manchmal könnte ich in links und rechts eine Scheuer. Dann mach das doch. Mach doch, mach doch. Sorry, ich muss den gerade meine Scheuern. Au! So, weiter geht's. Mann! Musst du das alles immer so wörtlich nehmen? Und... Weswegen? Weil du meine gescheuert hast. Ja, ähm... Hast du dir verdient? Meines Erachtens. Das tut weh. Ja, ist nicht meine Schuld. Also musste ich so ein... Da musst du sowas nicht reinblöken. Ne, das... Das ist unpassend! What the fuck? Nein! Oh. Der hing da erstmal in den Zaun. Das ist sehr gut. Ich zeig dich an wegen Körperverletzung. Hast du es ja auf Video. Man wird auch mal seinen eigenen Bruder schlagen dürfen, wenn er was... undefinierbares labert. Was einen sehr aufregt. Nein! Darf man nicht. Das ist Körperverletzung. Boah, ey. Wenn du das machst, bist du nie mehr beim Netzplay dabei. In keinster Weise. Und das... Würden die Abonnenten, glaube ich, nicht so sehr begrüßen. Och, Mann. Ja. Na gut, dann lasse ich das. Boah! Nicht schon wieder. Alter Dritter. Nein! Hast du selber Schuld. Hängst du ja schon wieder an? Bin ja schon ruhig. Ich lasse mir noch eine Ballast. Geh doch. Boah! Alter, kann ich auch mal zurück ist... Boah, sehr. Ich will das nicht nochmal machen. Na! Alter! Alter, was geht? Alter, das mach ich nochmal. Das mach ich nochmal. Auf jeden Fall. Boah. Hast du dir selber Schuld? Ich bin ja schon ruhig. Ich glaube, die eine Schelle, die hat hier gar nicht gereicht, wa? Nein, ich wollte es ja auch nix und rechts. Soll ich? Nee! Nee, nee, nee. Ist alles gut. Ja, ja, mein Bro, der drückt sich immer. Ich drück mich gar nicht. Das tut mir weh. Mann, was ist denn hier los? Was geht? Du wahrscheinlich nicht. Weil du dauernd irgendwo festhängst. Oh, langsam mach mich das Agro. Auf jeden Fall. Alter. Langsam mach mich das Agro. Und du auch. Alter, das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Oh, Alter, voll der Drift gerade. Ich hab ja noch zwei Runden. Mann, das tut weh. Sag mal, bist du ne Prostikast? Kannst du nehm man ne Schelle vertragen? Nee. Da geh ich lieber an ne Schelltankstelle. Boah. Mann, für die Flachwitze bin ich zuständig. Alter. Und dabei sagst du... Dabei sagst du, meine Witze sind scheiße. Dabei machst du sie selber auch. Hab ich mir von dir abgeguckt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ganz ehrlich. Mann, du fährst ja mal ordentlich. Ja, weil ich nicht mehr verlieren will hier. Ich will ein Rennen maximal zweimal machen. Maximal, wenn ich das mein erstes Mal nicht schaffe. Alter. Scheint aber so, ne? Dass du's nochmal machen musst. Mach... Du machst mir ja auch keinen Mut. Boah. Dann kann das ja auch nix werden. Alter, guck dir die scheiße mal an hier. Was geht? Alter. Ich will hier schon wieder dritter werden. Das ist doch scheiße. Das ist doch... Alter. Ich dreh durch. Kannst du mich auch mal fahren lassen? Ich kann das besser. Halt's mal! Au! Mann, was war das denn jetzt? Boah! Von mir ist das sogar aufgeregt gerade. Oh, dass ich noch genug Rennen hab. Aber ich muss mich einfach nur beruhigen. Darf ich dich auch mal schlagen? Das tut mir weh. Ich mach erstmal ne Pause. Bis gleich, Leute. So, jetzt mal ja, Ramazamaya. Gibt's doch nicht. Ich hab dich immer noch nicht schlagen dürfen. Das darfst du auch nicht. Weil du das Echelung nicht verträgst. Aber mich schlagen, ne? Was ist so verdient? Bist du so dumm... Wenn du mich so reizt. Ich hab doch nur die Wahrheit gesagt. Ja, weil sowas reizt mich. Bum! Autsch. Sowas reizt mich einfach. Das... Sowas darfst du nicht machen. Ja, dann fahr doch mal ordentlich, ja. Ja, Mann, ich fahr doch ordentlich. Was... Na gut. Das Eben, das war ja... Alter. Das Eben war ein bisschen blöd, aber sonst... Sag mal! Aber jetzt finde ich mich anstrengen, ja. Das finde ich aber langweilig, wenn du jetzt nicht mehr Erster bist jetzt. Ja, aber ich will jetzt keine Scheiße mehr machen. Wenn ich mal wieder Erster werden hier. Gibt's doch nicht. Ist doch krass. Wenn man Ausbruch verloren. Äh, Mann, ey. Das ist doch nicht. What the fuck? Ja. Alter, wie ist sie denn gefahren gerade? Alter. Alter. Ja, fahr mal in der entgegengesetzten Richtung. Das ist sehr schön. Freut mich. Wär zwar die beste Abkürzung des Lebens, aber... Tja. Erst mal in Gegenverkehr fahren. Das ist super. Nein. So musst du die anderen. Für mich nicht. Dein Auto sieht schon wieder sehr gesund aus. Ja. Da hast du mal recht. Mann, du hast ja mir mal recht gegeben. Das ist ja auch wieder selten. Ja. Ich glaube, wir müssen... Ich muss bald mal wieder eine Aufnahmepause machen. Weil... Die Fespa, der verträgt auch nicht so... So viel. Was ist denn der Schluck auf? Haha. Sag mal, willst du jetzt noch eine Schelle, oder was? Ist ja schon gut. Und ich soll Aggressionen haben, ja? Ich sag doch nichts zu. Aber ich soll Aggressionen haben, ne? Und mir dauert eine Schelle geben. Ja. Hast du es irgendwo verdient? Wenn du mich so aggro machst... Und das Spiel auch, dann... Ja. Dann kann ich nicht anders. Und weil... Und wenn man die Schelle gehört hat... Ich hab ein Studiomikro, da hört man sowas. Also... Nix bei Denken. So, ich mach erst mal eine Raucherpause. Da hast du ja schon eine Raucherpause gemacht. Ich muss mich beruhigen. Ach so. Na gut. Bis dann, Leute. Ich mach doch... Ich mach doch jetzt nicht Ende. Also, bis gleich, Leute. So heißt das. Na gut. Bis gleich. So, weiter geht's. Hast du ja auch echt Zeit gelassen mit Rauchen, ne? Mann, das... Das merken die... Das merken doch die Abonnenten nicht. Weiter geht's. Zur Anmerkung, das Auto hat sich zum Zweimal gedreht im Screen. Also, wer selber... Ähm... Vielleicht auch Ultimechanisch zockt, denn... Kann das ja mal nachverfolgen. Wie lange das gedauert hat. Alter. Ich hau dir gleich noch eine. Nein, das würde ich nicht. So. Drei Runden. So. Weiter. Los geht's. Im Geschäft des Lebens. Alter, wie der geflogen ist gerade. WTF? WTF? Eines werd ich nie feststellen. Warum willst du uns so ein? WTF?